Sein Erfolg hat ihm einen prestigeträchtigen Spitznamen beschert. Jetzt bin ich gespannt, was ist das für ein Spitzname? Jetzt kommt bestimmt ein Fremdschirmoment. Man nennt ihn auch den deutschen Warren Buffett. Wenn ihr Finanzvideos auf YouTube schaut, dann habt ihr sicher schon mal die eine oder andere skurrile Finanzwerbung gesehen, auch von meinen Videos. Leider habe ich keinen Einfluss darauf, was Hans Meiser und Co. vor meinen Videos zu sagen. Aber heute schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam an und gucken einfach mal, wie seriös das Ganze ist. Lasst mir gerne ein Abo da, schreibt auch gerne mal eure skurrilste Finanzwerbung, die ihr bis jetzt gesehen habt, in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir gehen dann direkt mal an den Bildschirm und schauen das Ganze mal an. So, hier sind wir schon auf meinem Kanal. Kurzer Shoutout noch an Northern Finance, der vor einiger Zeit auch so ein ähnliches Video gemacht hat. Und ich fand es einfach so cool, fand es so lustig. Und da habe ich gedacht, wir machen das auch mal hier auf meinem Kanal. So, ich habe jetzt gerade nochmal einen Incognito-Tab aufgemacht und jetzt können wir uns in Ruhe mal ein bisschen Werbung anschauen. Vorsicht! Oh, jetzt haben wir hier ein. Hans Meiser. Höchstpersönlich stellt uns, was ist das, die schwarze Liste vor. Hans Meiser finde ich schon ein bisschen lustig. Er hatte damals eine eigene Show auf RTL, eine Talkshow. Damals gab es das noch, diese Talkshow-Formate. Der hatte, glaube ich, sogar eine eigene Abendshow, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber, dass Hans Meiser jetzt hier YouTube-Werbung vor meinen Videos macht, ja, guck mal nochmal, was er uns zu sagen hat. Er guckt schon in Richtung schwarze Liste. Mal schauen, was das ist. Aktien auf dieser schwarzen Liste hier hinter mir könnte ein großer Teil ihres Geldes weg sein. Was? Für immer. Denn... Okay. Bilder Pitch. Also, okay. Wir gucken einmal durch. Wenn Sie diese drei Aktien in Ihrem Depot haben, drohen Ihnen massive Verluste. Ich heiße Hans Meiser. Und wir hoffen, Sie verstehen den Ernst der Lage und den Ernst dessen, was wir Ihnen jetzt zu sagen haben. Bitte kaufen Sie keine Aktie, bevor Sie nicht den Inhalt dieser schwarzen Liste kennen. Damit Sie schnell handeln... Also, man soll keine Aktie mehr kaufen, bevor man diesen Inhalt dieser schwarzen Liste nicht kennt. Ja, okay. Jetzt bin ich... Ich bin auf jeden Fall... Bin gefesselt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. ...können können, stellen wir Ihnen diese Liste heute kostenlos zur Verfügung. Kostenlos. Sie können Sie sich über den Button im Video herunterladen. Das machen wir gleich. Tobias Schöneich, einer der renommiertesten Börsenanalysten Deutschlands... Die gehört. ...warnt Privatanleger wie Sie ausdrücklich vor den Folgen der drei tickenden Zeitbomben. Oh, tickende Zeitbomben. Also, ich will überlegen mal, welche tickenden Zeitbomben würden uns denn einfallen, aktuell? Wirecard... Das war ja was vor zwei Jahren. Gazprom... Auch vielleicht ein bisschen spät. Und... Uniper. Uniper könnte ich mir auch noch vorstellen. Das sind die drei Aktien... Ich sage jetzt einfach... Ich lege mich jetzt einfach mal fest, ja. Die stehen da in diesem Report drin. Und ich wette mit euch, wir müssen uns vorher jetzt gleich bei 50 verschiedenen E-Mail-Newsletter anmelden... Und müssen irgendwie noch irgendwas bestätigen. Und dann gibt es noch ein Upsell und so weiter und so weiter. Damit wir diese Liste bekommen. Aber wir werden uns da gleich mal durchklicken. Die ihrem Depot erheblichen Schaden zufügen können. Und er spricht nicht von minus 10, minus 25 Prozent. Nein. Nein, er spricht von minus 50 Prozent. Nein, minus 50 Prozent. Wenn Sie in diese drei oder auch nur in eine der drei Aktien investiert haben, droht Ihnen der Totalverlust. Jetzt droht der Totalverlust. Gerade waren es noch 50 Prozent. Jetzt droht schon der Totalverlust. Ich bin gehypt. Also im negativen Sinne. Ich habe Angst. Und ich werde mit diesem Report gleich runterladen. Das Schlimme daran, es handelt sich bei den drei Aktien... Okay, hier in der Schwarzliste ist der Bulle und der Bär in der Falle. Aktien auf der schwarzen Liste nicht um unbekannte Penny Stocks. Nein, nein. Es sind sehr bekannte Unternehmensaktien, die von unzähligen Finanzguros sogar noch in den Himmel gelobt werden. Das kann und das wird nicht mehr lange gut gehen. Okay, also werden wir jetzt Aktien finden in einem Report, die von Finanzanalysten in den Himmel gehoben werden. Und da müssten die abgehen. Also es werden ja dann wirklich keine Penny Stocks sein. Okay, ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was da für Aktien drinstehen. Gründe dafür finden Sie auf der schwarzen Liste. Darum ist es so wichtig, dass Sie jetzt handeln. Jetzt handeln wir. Wenn sich eine dieser Aktien derzeit in Ihrem Bestand befindet, sollten Sie diese schleunigst loswerden. Okay, okay. Weil Sie nicht investiert haben, gut. Aber bevor... Aber wenn Sie nicht investiert haben, gut. Aber trotzdem müssen Sie diese schwarze Liste kaufen, damit Sie wissen, welche Aktie Sie nicht kaufen dürfen. Direkt und kostenlos. Wir brauchen nur Ihre E-Mail-Adresse. Und wir haben auch kein Geld dafür bezahlt, dass wir vor diesem Video hier angezeigt wurden. Und dass wir das sagen dürfen. Da ist auch kein Upsell drin. Ich bin gespannt. Also ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was da gleich kommen wird. Und bevor Sie irgendeine Aktie in Ihr Depot kaufen, überprüfen Sie bitte ganz genau, dass sich der Name nicht auf der schwarzen Liste befindet. Ja, der Name darf sich nicht auf der schwarzen Liste befinden. Das muss man vorher mal gegenchecken, sofort immer. Also hier auf jeden Fall, große Empfehlung auch von mir, holt euch diese schwarze Liste. Aus Gründen der Vertraulichkeit können wir die Namen der drei Aktien nicht in diesem Video nennen. Doch, aus Gründen der Vertraulichkeit. Okay, es wird immer wilder. Ob ihr das Schöne eigentlich nur Privatanlegern wie Ihnen zugänglich macht, kann ja auch... Nur Privatanlegern wie Ihnen wird das zugänglich gemacht. Aus Gründen der Vertraulichkeit kann das leider nicht jedem mitgeteilt werden. Wir haben zwar ein fünfstelliges Werbebudget, womit wir diese Werbung raushauen können, aber völlig kostenlos und nur Ihnen werden wir das zur Verfügung stellen und wir haben davon gar nichts. Das ist einfach nur Menschenliebe. Einfach nur Menschenliebe. Deswegen wird diese schwarze Liste komplett unterm Tisch für jeden, der sich dafür interessiert, so verteilt. Wir werden sehr offen über das Horrortrio berichten. Horrortrio. Über die drei Aktien, wegen denen Ihnen der Totalverlust drohen könnte. Laden Sie sich also jetzt die schwarze Liste kostenlos über den blauen Button darunter, bevor es zu spät ist. Bevor es zu spät ist, wir klicken hier auf den Button und klicken mal zum Report. Da ist er. Hier kann ich euch empfehlen, wenn ihr sowas habt, Einstellungen und dann nur technisch notwendig, alles anderen immer deaktivieren. Und dann nicht auf diesen Button hier drücken, alles akzeptieren, sondern immer diesen Button hier nehmen. Okay. Klicke eine Zeitraum in Ihrem Depot. Top TV-Moderator Hans Meiler berichtet. Diese drei Lieblingsaktien können Ihr Geld jetzt vernichten. Okay, wir gucken einmal. Schon die Wirecard-Pleite wurde 2020 von dieser Liste, von der schwarzen Liste prophezeit. Oha. Ja, dann hätte ich mir diese Liste vielleicht nochmal runterladen müssen. Okay. Mit der schwarzen Liste wäre das diesen Anlegern wohl nicht passiert. Auch 2021 war die schwarze Liste für viele Anleger die Rettung. Ganze 90,1% Verlust konnten seit Januar 2021 verhindert werden. Und auch 2022 hat die Liste jetzt einige Aktien dabei, bei denen man es wohl im ersten Moment nicht glauben könnte, dass sie gefährlich sein könnten. Doch überzeugen Sie sich selbst. Fordern Sie dazu jetzt ganz einfach und kostenfrei die schwarze Liste 2022 an. Okay, ich bin gehypt. Absturz steht unmittelbar bevor. Oh, oh, oh. Okay, wir müssen die Liste jetzt runterladen. Wir wollen jetzt runterladen. Oh, ah, da ist der. Da ist der Newsletter. Okay, wir geben mal eben eine E-Mail-Adresse ein, die wir nicht mehr brauchen. So, jetzt habe ich die E-Mail-Adresse eingegeben. Und wir sehen auch, jetzt müssen wir noch die E-Mail-Adresse natürlich bestätigen, damit wir hier nicht irgendeine Spam-Adresse eingeben. Und damit Sie uns auch verlässlich später auch hier die Newsletter schicken können. Weil ich glaube, es wird auf ein Newsletter rauslaufen. Und auch ein bisschen mit Humor kann man das hier sehen. Wenn Sie unsere E-Mail nach zwei Minuten immer noch nicht erhalten haben, schauen Sie doch mal in Ihrem Spam-Adresse. Und dann da. Sorry. Finde ich ganz lustig, muss ich sagen. So, hier ist die E-Mail. Ich habe es dir jetzt mal in ein PDF-Format gepackt. Report jetzt kostenlos herunterladen und E-Mail-Adresse bestätigen. Okay, gucken wir mal, ob da noch irgendwelche versteckten Sachen drin sind. Klicken Sie auf den folgenden Button, um den Gratis-Report runterzuladen. Okay, machen wir gleich. Da steht es. Der Informations-Newsletter Mittelstand-Experten ist werbefinanziert und daher für Sie völlig kostenlos. Den Newsletter können Sie selbstverständlich jederzeit abbestellen. Das Abbestellen dieser Texte ist rechtlich vorgeschrieben. Den müssen die quasi reinschreiben. Aber vorher war für mich zumindest überhaupt nicht ersichtlich, dass es sich hier um einen Newsletter handelt. Ich kann euch jetzt schon sagen, diese schwarze Liste wird einfach nur wahrscheinlich ein bisschen Kabarett und ein bisschen Humor beinhalten. Da wird nichts drin sein, was uns irgendwie interessieren kann. Es wird noch ein Upsell drin sein bestimmt, aber es ging sich jetzt hier schon mal um den Newsletter. Und wenn ich jetzt hier auf den Link klicke, was wir jetzt natürlich machen werden, dann bin ich für einen Newsletter angemeldet. Und werde jetzt immer den Newsletter Mittelstandsexperten bekommen, den ich nie haben wollte eigentlich. Aber gut, wir wollen uns einmal das PDF anschauen. So, jetzt sind wir bei Gewestor gelandet. Okay. Und sehen hier die Millionärsbibel. Okay. Und hier unten startet ein Video. Da muss man natürlich mal eben schnell hin. Eine Sekunde noch. Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Hans Meiser und der Gewestor Verlag macht Ihnen heute ein absolut exklusives Geschenk. Das ist der Upsell, von dem ich eben gesprochen habe. Das Geschenk könnte Sie ab sofort von all Ihren Sorgen um die Geldanlage befreien. Wow. Dieses Geschenk ist nichts anderes als die Millionärsbibel. Wir sehen es schon, ja. Die Millionärsbibel. Gar nicht dezent. Sogenannte Millionärsbibel. Eines der wichtigsten Finanzbücher unserer Zeit. Das wichtigste Finanzbuch unserer Zeit. Ich habe es noch nie gelesen, ja. Aber ja, das ist ein wilder Pitch auf jeden Fall. Das einmalige Buch zeigt Ihnen nicht nur, wie Sie mit der richtigen Einstellung Millionär werden könnten, sondern auch, wie Sie die besten Aktien der Welt zweifelsfrei erkennen. Mit nur neun Kriterien. Mit nur neun Kriterien zweifelsfrei. Immer die besten Aktien finden. Und einfach mal Millionär werden. Dieses Buch, was ungefähr nur so dick ist, zeigt alles. Da ist das ganze Börsenwissen der letzten 380 Millionen Jahre drin. Dieses Buch müssen wir kaufen. Okay, wir gucken einmal weiter. Autor dieser Millionärsbibel ist der gefeierte Autor und Analyst Rolf Morien. Who the fuck ist Rolf Morien? Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr jemals was von Rolf Morien gehört habt. Ob der so gefeiert ist. Sein Erfolg hat ihm einen prestigeträchtigen Spitznamen beschert. Jetzt bin ich gespannt. Was ist das für ein Spitzname? Jetzt kommt bestimmt ein Fremdstellmoment. Man nennt ihn auch den deutschen Warren Buffett. Es tut mir einfach so leid, Fernsehmeiser. Es tut mir einfach so leid. Die Millionärsbibel enthält alles. Alles, was sie brauchen, um reich zu werden. Nicht nur Texte, auch ganz viele Grafiken, die alles erläutern. Ganz viele Bildchen sind auch drin. Ja, das heißt, die Millionärsbibel macht aus einfachen Anlegern Millionäre. So, jetzt sind sie an der Reihe. Jetzt bin ich an der Reihe. Was kann ich tun, um diese Bibel zu bekommen? Ich will sie haben. Wir haben hier zwei begeisterte Leserbriefe vor mir liegen. Von zwei Anlegern, die vor kurzer Zeit das gleiche Angebot genutzt haben. Diese zwei Briefe sind nur exemplarisch. Für kurze Zeit haben sie es genutzt, das Angebot. Und sie sind jetzt Millionäre. Das ist ja die Millionärsbibel. Und er hat ja schon Millionäre gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was da so kommt. Viele andere schon 25.000. Ah, 25.000 Anleger sind schon dank Rolf Moriens erfolgreich an der Börse geworden. Und sind Millionär geworden. 25.000 Millionäre. Ja, gut, das Video führt jetzt ein bisschen zu weit. Wir gucken einmal, wir wollen ja noch zurück zum Ursprung. Also die Millionärsbibel, die holen wir uns ein andermal. Wir wollen ja heute, wir haben auch noch 14 Stunden für Zeit. Also das ist noch alles völlig entspannt, alles gut. Und wir müssen auch nicht, wie hier steht, noch 4,95 Euro Versand bezahlen. Das wurde noch nicht erwähnt im Video. Okay, da sehen wir uns mal drüber hinweg. Das ist jetzt überhaupt nicht kostenlos, aber egal. Wir gucken jetzt mal. Ich will jetzt diesen Report haben. Wo ist der denn jetzt der Report? Also bin ich doof oder ist der weg? Ach ja, den habe ich ja per E-Mail bekommen. Ach ja, die Seite war ja völlig sinnlos, die ich jetzt geguckt habe. Ich habe es ja per E-Mail, per PDF bekommen. Gucken wir doch mal rein in die E-Mail. So, in der E-Mail war jetzt wieder ein Link drin. Und hier ist er. Die schwarze Liste. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, schwarze Liste 2022. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wer hier das schwarze Schaf ist. Live-Konferenz, der 6001-Energie-Unabhängigkeits-Gifel. Okay. Das ist ein Pitch. Wieder eine Werbung. Okay, liebe Leser. In dieser kurzen Studie möchte sie, wo einigen Unternehmen waren, in die sie meines Erachtens nicht investieren sollen. Ja, okay. Jetzt wollen wir die wissen. Dicke Gewinne statt Strafzinsen. Okay, da ist wieder die Millionärsbibel. Wieder Werbung. Okay. Nein. 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 Das ist doch jetzt nicht ernst. Ihr seid ernst, oder? Wirecard. Kursziel 0 Euro. Wahnsinn. Nicht dein Ernst. Ich habe es vorher ja gesagt. Meine Einschätzen zu Wirecard. Abschließend möchte ich meine Empfehlung noch einmal wiederholen. Seien sich sehr vorsichtig. Seien sich sehr vorsichtig mit der Wirecard-Aktie. Am Ende durften die Aktionäre wie im Grunde bei jeder Insolvenz leer ausgehen. Wahnsinn. Zwar notiert die Aktie nur noch bei gut 4 Cent. Erinnerung. Hans May hat eben gesagt, die Aktien werden aktuell in den Himmel gehoben. Ja, da ist, die werden von Analysten gefeiert. Und da ist noch, das kann nicht mehr lange gut gehen. Wirecard 4 Cent hat den Chat verlassen. Okay. Das bedeutet aber trotzdem, dass für Neueinsteiger weiterhin ein 100%iger Verlust mit der Aktie wahrscheinlich ist. Sofern mein Kursziel von 0,0 Euro. Da kriegt man ja Kopfschmerzen. Wahnsinn. Dafür habe ich diesen Report jetzt runtergeladen. Das ist jetzt einfach mal Information, die über zwei Jahre alt ist. Und die niemanden mehr juckt. Weil niemand hat diese Aktie mehr. Denn, was steht das hier auch irgendwo? Ich glaube, das habe ich eben gesehen. Ja, genau. Da steht es. Denn die Aktie ist inzwischen, ist es übrigens schwer geworden, die Aktie zu verkaufen. Weil die nur noch an der Börse Heimburg handelbar ist. Es gibt niemanden, der diese Aktie noch hat. Oder die sind soweit im Minus. Ich habe keinen Analysten, der gesagt hat, kauf diese Aktie. Gucken wir mal die nächsten Aktien. Vorsicht bei Wasserstoffzockeraktien. Und? Was ist die nächste Aktie? Gibt es gar nicht. Hier ist Werbung. Paragon. Hohe Verschuldung birgt große Risiken. Paragon. Nie gehört. Also, abschließend kann man sagen, dieser Report ist einfach noch nicht mal dieses PDF-Wert, dieses Stromkosten, die ich dafür bezahlt habe. Um dieses PDF zu öffnen, waren schon zu viele Skoten. Da ist wirklich nichts drin. Da ist wirklich Kindergarteninformation drin. Und Selbstverständlichkeiten. Ja, Penny Stocks sind wohl ziemlich risikoreich. Ja, Penny Stocks werden wahrscheinlich auch den Totalverlust erleiden. Denn Wirecard hatte mal einen Kurs über 100 Euro. Bei 0,04 Cent ist diese Information, dass man diese Aktie jetzt vielleicht verkaufen sollte, wenn man sie im Depot hat, reichlich spät. Also, ihr seht hier, diese Finanzwerbung an dieser Stelle, dieser Report ist einfach wirklich Müll. Da ist keine Information drin. Und das kann man sich wirklich sparen. Und ihr habt es eben mitbekommen, dadurch, dass ich eben auf den Link geklickt habe, bin ich jetzt in einem E-Mail-Uselitter drin. Und wir können ja nochmal eben kurz bei G-Vestor vorbeischauen. Was ist denn das für eine Seite? Und da gibt es Mauriens Schlusskong. Okay, und es gibt hier einen Shop. Was gibt es denn in einem Shop zu kaufen? Da habe ich mal gespannt. Okay, es gibt hier Günther Hannig, Crash-Investor, kann man hier kaufen. Okay. Ah, okay. Es ist ein Börsenbrief, den man hier kaufen kann. Also, ihr seht hier langsam, glaube ich, das Geschäftsmodell wird klar. Die Leute, die keine Ahnung von der Börse haben, sage ich jetzt mal, die werden einfach mal über so einen Hans-Meiser-Angst-Mach-Werbespot gefangen. Ja. Kriegen dann irgendeinen Mist erzählt. Wenn du jetzt natürlich nichts von Wirecard und so mitbekommen hast, denkst du dir, ja, krass, wenn das echt empfohlen wird, ja, danke, Morien, oder wie der heißt. Und dann, einen Tag später, kommt der Newsletter. Dann geht diese Spirale los. Ich kann euch nur empfehlen, Abstand zu halten von solchen Werbungen. Ich sage mal, nicht jede Werbung ist unseriös, aber leider mittlerweile muss man bei einem Großteil dieser Werbungen tatsächlich aufpassen und muss da wirklich fünfmal nachgucken oder auch eben nicht nachgucken. Am besten ist, wenn ihr einfach nur unten rechts auf den Button Werbung überspringen meistens klickt. Wenn euch irgendwas erzählt wird von Millionär, wenn euch irgendwas erzählt wird von Trading, was immer funktioniert, wenn euch irgendwas von, ihr müsst nur das richtige Mindset haben, um erfolgreich zu werden, diese Aktie jetzt kaufen und du bist nächste Woche Millionär. Am besten sofort unten rechts den Button Werbung überspringen drücken und einfach das Video, was ihr angucken wollt, gucken. Aber lasst euch nicht von so einer Werbung auf jeden Fall auf die falsche Fährte locken. Ich hoffe, das Video, auch wenn es so ein bisschen lustig jetzt war, hilft dem einen oder anderen vielleicht darüber mal nachzudenken, weil ich weiß, wenn man gerade mal in einem schlechten Moment erwischt wird, dann kann man, kann das einen schon mal treffen und dann kann man wirklich vielleicht schon mal, wenn man auch ein bisschen ahnungslos in dem Bereich ist, schon mal ein bisschen Angst bekommen und dann ist man halt gehuckt und dann kommt man schnell in solche Geldfallen einfach rein. Ja, ich habe mir letztens auch mal eine Werbung angeschaut, tatsächlich vor meinen Videos. Das war eine gute Werbung tatsächlich, denn es war die Werbung für den neuen Marvel-Film Black Panther 2. Die habe ich auch zu Ende geguckt und da war auch kein Pitch drin. Sowas kann man sich mal angucken, aber die meiste Finanzwerbung, die man so aktuell sieht, ist tatsächlich auf diesem Niveau. Ich kann euch nur warnen, haltet Abstand davon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage.